Los. So Leute, schönen guten Tag. Schön Nikolaus, sagen wir gleich schon mal, ne? Ja, genau. Denn heute ist das... Hoffentlich wurde ihr erreicht belohnt. Endlich dieser Tag, wo man die meisten Geschenke im Jahr kriegt. Ach nein, war Weihnachten. Okay, bis dahin sind noch... Warte, warte, ich muss kurz rechnen. Mathe nicht so mein Fach. Äh, 14... 16. 16, nein. 18. 18, genau. Ihr merkt, wir können alle keine Mathe. 18 Tage noch, dann bekommt ihr vielleicht eure Xbox-Worten oder Playstation 4 oder für die Reichen kriegen heute schon ihre Xbox-Worten. Ja. Ansichtssache. Für manche, wie gut, besser ist es als Weihnachten. Was wird heute gezockt? Ja, wir machen heute eine kleine Runde PvP hier. Genau. Ausrüstung, Eisenrüstung, zwei Eisenschwarzer, einen Bogen, 16 Pfeile und einen Steckäpfel. Genau. Und... In dem schönen Dorf hier. Genau. Und wir haben jeder einen anderen Punkt. Also nochmal geben wir kurz an. Und ich starte, wo startet ihr? Und wir können starten von wo wir wollen, okay? Hinten links. Ist egal, wir können starten von wo wir wollen. Aber nur an der Stadt, okay? Also nicht dort rein und auch nicht außerhalb der Stadt, okay? Ja. Aber ich würde... sagen... Also wenn ich jetzt Atran sehe, muss ich sagen, ich sehe dich Atrian. So, Game Mode 1 bin ich schon. Okay, das müssen wir sagen. Game Mode 1. Also, es heißt gehört, Atrian, wenn man jemanden sieht, sagt man das bitte. Kann's losgehen? Und dann geht's jetzt los! Happy Hunger Games! Lukas? Ja? Ich frapp's eigentlich nur dein Bildschirm auf? Ja. Also dein Minecraft? Ja. Okay. Warum? Weil sonst könnte man das Datum nehmen. Sehen. Was ist das Datum? Lukas, ich sehe dich. Okay, wo? Fuck, ich renne mal weg. Hier renne ich mich nicht. Nee, Datum kann man nicht sehen. Deswegen nehme ich ja Vollbildmotiv auch. Sehe ich nicht. Ich sehe auch gerade keinen. Ich sehe dich, Lukas. Immer noch. Ich frage, wo war's denn da? Mit dem Bogen, der kleine Sniper. Scheiße! Ich habe geschlossen. Jetzt sehe ich den Erik. Ich sehe dich, Adrian. Okay, jetzt nicht mehr. Ich sehe den Luke. Ned. Was? Ja, ich sehe dich auch. Ich sehe gar keinen von euch. Fuck, bekommst du oder was? Jetzt sehe ich euch leider beide nicht mehr. Jetzt sehe ich einen von euch in der Schrift. Fuck, ich sehe gerade gar keinen von euch. Ich sehe den. Ich sehe den. Ich sehe den, Lukas. Immer noch. Ah, Scheiße! What the fuck? Verfolgst du mich, Adri? Nuh, nuh. Geht der hier schon geil, nuh? Man muss dazu sagen, jetzt ist schon der Riemo. Ich sehe dich, Lukas. Fuck, Alter. Scheiße. Ich fack du. Ich sehe dich, Eric. Ah, fuck. Nein. Was ist gemacht? Ah, fuck. Fuck, Mann. Ja! So, ich blieb mal ein bisschen hier. Warte. Nein, 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 nein. Ah! Warte mal. Ah, nein! Ah! Fuck, Alter. Adrien, hast du jetzt schon wieder gewonnen oder was? Ja, ich habe schon wieder gewonnen. Das geht doch einfach nicht, Alter. Das geht einfach nicht. Adrian, starte den aufholen. Äh, ja, ich habe wieder mal ein Apfel und das auch nur bei einem Glücksspiel, was Angeln hieß. Ja, das war wirklich nur Glück, dass du da immer den Engel... Also, ich bin halt Angler und die anderen, die machen halt den anderen Scheiß. Ja, es war jetzt, es war jetzt eigentlich klar, wie, wann, wer gewinnt. Weil, der, der als erstes, man kriegt den Hirn. Wieso, muss nicht sein. Na, wenn, weil der kriegt dann Leben ab und der andere kommt dann. Ja, muss ja nicht sein, dass der kommt. Genau. Es sind ja Hunger, nicht umsonst. Okay, das war's. Morgen ist der Siebende heute noch einen schönen Nikolaus. Lasst euch ordentlich bescheren, oder bescheren nicht, oder was auch immer. Fragt euren Eltern ruhig, ja, das reicht mir nicht. Kauft mir noch was. Könnt ihr gerne machen, ist nicht unser Problem. Ihr müsst halt mit euren Eltern diskutieren. Mann, jetzt tönt ihr mich nicht. Adrien ist gestorben. Adrien ist gestorben. Dank für's Einschalten. Bis morgen halt. Morgen bitte auch wieder einschalten. Also, ciao.